Okay, Aufnahme läuft. Okay. Vielleicht gelingt uns das ja jetzt, das ein bisschen stammtischiger zu machen. Was fehlt denn? Das Ganze so nicht mehr so themenzentriert zu machen, sondern vielleicht ein bisschen bunter. Hier mein Thema, da mein Thema in einer Folge. Bei der Systemtheorie. Soweit ich das verstanden habe, haben sich ja Systeme in unserer Gesellschaft ausdifferenziert. Früher waren ja Religion und Politik ein System. Also es war ja irgendwann mal in der Historie nicht getrennt. Ja, ja, ich meine jetzt, das ist tatsächlich jetzt dieses, dieser ganze Vorlauf, der da hergeleitet wird, das ist jetzt nicht so gerade meine Stärke, aber ja, ich glaube, ich glaube ungefähr so war es, ja. So, wir haben ja so eine funktional ausdifferenzierte Gesellschaft und jetzt ist die Frage, könnte es nicht sein, dass die sich immer weiter differenzieren? So, dass das immer so fortgeht und dass wir gerade im Differenzierungsprozess sind und wir haben ja gelernt, dass jedes Subfunktionssystem, das Religionssystem, das Politiksystem und so weiter, dass die dual kodiert sind. Ja, ja, Wissenschaftssystem nach wahr und unwahr, Politik nach, glaube, Macht. Genau, Macht, Macht und Opposition, Religion nach Transzendenz und Immanenz. So, wenn die sich jetzt weiter differenzieren sollten, dann müssten wir das ja empirisch beobachten. Ja, vielleicht, vielleicht, bleiben wir mal bei Wissenschaft, ich glaube, da sind wir alle, haben noch eindeutig, haben wir wahrscheinlich jetzt erstmal noch das deutlichste Bild von irgendwie, ne. Die verschiedenen Disziplinen könnte man ja, weil es da auch schon gewisse Zeit diese Differenzierung gibt in die verschiedenen, vielleicht ist das ja so eine Form, dass es da mittlerweile halt auch verschiedene Arten von Wahrheit gibt. Die, wir haben ja auch schon öfters festgestellt oder wurden auf jeden Fall schon öfter konfrontiert mit diesem, zwischen der Soziologie und der Psychologie, dass es da ja diese Überschneidungsbereiche gibt, wo nicht unbedingt die gleichen, nicht unbedingt die gleichen Ergebnisse dann zutage gefördert werden. Was vielleicht daran liegt, dass es halt da ausdifferenziert ist, dass man, dass es halt etwas psychologisch, wenn man so sagen möchte, psychologisch wahr sein kann, aber soziologisch unwahr und umgekehrt. Dafür muss man sich natürlich davon trennen, dass das wahr in dem Sinne halt so eine, ja, irgendwas ontologisches, also das ist was bezeichnet, was ist, also die Wahrheit, sondern das ist einfach halt in dem Sinne wahr ein Produkt, der oder beziehungsweise ja Produkt, die Operation dieser prozessierenden Systeme ist und halt am Ende auch nicht mehr bezeichnet als das. Also soziologisch ist wahr, was soziologisch als wahr befunden wird und ebenso anders. Und dann kann es auch möglich sein, dass Dinge gleichzeitig unwahr und gleichzeitig wahr sind und das ist, und das ist keine Paradoxie, um den Zirkel vorzunehmen, das ist jetzt halt, ne, halt betrifft verschiedene Perspektiven oder aus verschiedenen Perspektiven. Aber dann würde ich den Krater eher bei den Naturwissenschaften machen, zu den, zum Beispiel Sozialwissenschaften. Ja, das kenne ich mich halt nicht aus, deswegen bin ich da raus. Ja, aber wir haben schon mal eine Sendung drüber gemacht. Ja, habe ich dazu gehört? Weiß ich nicht. Du warst die moderiert, glaube ich. Oh, ja, aber ich bin, ich bin immer, ich bin immer noch so höflich, ich bin, ich bin immer noch so höflich, ich lasse die Leute ausreden, bevor ich ihnen zuhöre. Okay, nö, das ist nicht so meine Art. Naja, jedenfalls ist ja auch egal. Ich verstehe, was du meinst und mein Punkt ist ja, dass sich die Systemtheorie immer so gern gegen die Empirie sperrt. Und eigentlich ist es doch dann notwendig. Luhmann hat ja ein relativ statisches Bild aus meiner Sicht abgegeben zu seiner Zeit von diesen Ausdifferenzierungen. Und nun mit dem Internet ändert sich ja auch gesellschaftlich alles exponentiell. Und dann kann man doch sagen, okay, dann differenzieren sich vielleicht die Subsysteme noch weiter aus. Und das muss ja irgendwie dann auch erfasst werden, wenn diese Systemtheorie nicht irgendwann veralten soll. Und das muss man doch dann empirisch beobachten. Ja, klar. Aber wie? Weil, man konnte so, also man kann die Empirie sowieso nicht in so einer extremen Form ausblenden. Denn, ja, Luhmann beschreibt ja auch schon sowas, ne, halt abgetrennt Religion und so weiter. Und, und das, also er beschreibt ja schon verschiedene Funktionssysteme und so weiter. Ähm, und wenn man jetzt nicht davon ausgehen will, dass Wissenschaft und Religion und Erziehung und das ganze Funktionssystem und Gerechtigkeit und so weiter und Politik, die ganzen Funktionssysteme, wenn man nicht davon ausgehen will, dass die praktisch a priori Kategorien bilden des Sozialen, die vor der Beobachtung stehen. Müsste man schon ausgehen, dass es da irgendwie ein Wechselverhältnis gibt. Ich will nicht damit nicht sagen, dass sie, dass sie aus der Empirie entstanden, also aus der Empirie entstanden sind und quasi dann halt so eine theoretische Abbildung der Empirie sind. Sondern eben, weil sie ja mit psychischen Systemen gekoppelt sind und die wiederum mit der physischen Umwelt gekoppelt sind, ähm, halt das alles auch wahrnehmen, also beobachten, innerhalb ihrer Operationen und Repräsentationen erstellen. Und insofern hängt natürlich die Empirie auch immer mit der Theorie zusammen, aber halt in einer Form, äh, nicht jetzt, wenn man so, so einem starken Empirismus, dass man sagt, ja, also, ne, halt so ist alles nur ein Abbild des Beobachteten, so, und jede Idee, woher soll sie kommen? Naja, klar, aus der Beobachtung, sondern dass es eine eigene Verarbeitung dieser, 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 dieser ständigen Irritationen ist durch die Umwelt, was auch, auch was, ähm, was, äh, was Selbstbeschreibung angibt, weil diese Ausdruck von Jung ist, bezieht sich ja oft auf, 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 also Systeme fertigen, soziale Systeme fertigen ja auch Selbstbeschreibungen von sich selber an, die nicht ihnen selbst entsprechen. Auch die Selbstbeschreibung eines Systems ist eine Reduktion. Weil, weil, weil es, also das System natürlich nicht komplex genug ist, um sich selber abzubilden. Okay, ja, dann lassen wir das an der Stelle. Okay. Hat noch jemand einen Punkt? Sonst würde ich meinen zweiten angekündigten Punkt mal... Ich würde keine Frage zur Systemdauer in die Runde werfen. Sprich mal die zweite Frage, das interessiert mich. war, wir hatten ja mal den Klaus Kusanowski, den selbsternannten soziologischen Scharlatan hier bei uns in einer Folge und der hat darauf hingewiesen, dass man heute Kritik, also dass heute Kritik gar nicht mehr wirksam sei, weil sie jeder äußern darf. Es gibt keinen Widerstand mehr gegen Kritik und so verkommt Kritik, weil sie jedermann sagen kann, nur noch zur Meinung. Habe ich das richtig in Erinnerung, Thomas, oder hast du das an der Stelle? Ja, ich glaube so, ich glaube so ungefähr war es, ja. Zumal, zumal man sich denn ja auch fragen kann, was, was er, was dann eine Kritik der Kritik bewirken soll. Also wozu es sich lohnt, sie zu äußern, wenn sie sowieso keine Wirkung entfalten kann, aber... Naja, ich habe ihn dann eher so verstanden, dass er das als Beschreibung liefert. Dass das jetzt nicht eine Kritik in dem Sinn war? Aber ich weiß nicht, ich fand das schon halt, die Aussage, Kritik wäre deswegen dumm, fand ich schon ziemlich als Kritik formuliert. Ach so, ja, lassen wir es mal dahingestellt sein, wir wissen es nicht. Vielleicht ist Dummheit auch eine Beschreibung, einfach nur. Okay, ich verstehe den Punkt, den du sagen willst, aber wenn die Emotionen hochkochen, dann übt man auch mal eine Kritik, die wirkungslos ist, ne. Aber zu diesem Punkt möchte ich jetzt fünf Überlegungen, beziehungsweise Thesen nennen, dass ihr mir die dann diskutiert und sagt, ob die stimmen oder nicht. Okay, werden wir danach benotet? Ist das, ist das, ist das... Prüfungsrelevant. Fließt das in die Endnote rein? Wie viel Prozent fließt das in die Endnote rein? Eine Endnote, 50 Prozent Wissen, 50 Prozent Bezahlung. Ja. Da habe ich mein Studium immer. Okay. Man muss ja sein Studium finanziert, so, ja. Also, also nochmal, Kritik darf heute jeder üben, aber dadurch wird sie wirkungslos. Und nur noch zur Meinung. So, mein Punkt eins. Kennt ihr den Philosophen Robert Faller? Nein, nein. Der hat das Buch geschrieben, Wofür es sich zu leben lohnt. Und da attestiert er unserer Gesellschaft ein gestörtes Verhältnis zum Genuss. Und ein Ursprung dieses gestörten Verhältnisses, wie dieser Ursprung zusammenhängt, will ich, da will ich gar nicht drauf hinaus, also das will ich jetzt gar nicht erklären, ist, eine unserer Gesellschaft zu attestierenden Rollenauflösung. Dass wir immer mehr Authentizität fordern von Menschen und die Rolle, die gesellschaftliche Rolle, und da sind wir wahrscheinlich auch auf Dominics Feld ein bisschen mit den Lebensstilen, dass wir die quasi nicht mehr einfordern, sondern als ganze Person, ja. Im Job zum Beispiel wird ja Authentizität gefordert. Und da ist jetzt… Ich finde das immer so witzig, wenn Authentizität… Authentizität, ein schwieriges Wort. Wir wissen alle, was gemeint ist. Gefordert wird, da steht jemand, da kommt jemand daher, steht einer Person gegenüber und die handelt irgendwie. So, und dann sagt die Person von außen, ja, sei doch mal jetzt authentisch. So. Wo immer denn deutlich wird, das ist überhaupt keine Rolle. Es spielt überhaupt für den Begriff der Authentizität, spielt es überhaupt keine Rolle, was, also Findlichkeiten oder was auch immer die Person will, spielt keine Rolle, sondern um authentisch zu sein, muss sie die Formen, die als authentisch gelten, bedienen. Weil authentisch ja immer nur von außen zugesprochen wird, was ja schon in dieser Aufforderung, sei authentisch überhaupt drinsteckt. Das ist so wie, sei jetzt spontan. Genau. Sofort. Aber, aber das ist halt so, also diese völlig irre Forderung, dass jemand da von außen kommt und jemand sagt, ja, sei authentisch. Und der sagt dann, ja, ich bin authentisch. Ne, das sehe ich doch, dass du nicht authentisch bist. Na, das steht ja drin. Allerdings muss ich einwenden, dass du mich gerade unterbrochen hast. Das ist kein Einwand, das ist eine Feststellung. Ja. Zur Gesellschaftskritik vielleicht noch kurz, was der Klaus meinte, war, glaube ich, eher eine Gesellschaftskritik, denn ob, wenn man jetzt im öffentlichen Diskurs nicht auf Widerstand stößt und deshalb Kritik nicht mehr irgendetwas bewirkt, weil sie ja kein Widerstand bricht, heißt das ja noch lange nicht, dass Privatkritik an einem Stammtisch, ja, das ist schon ein öffentlicher Raum, aber in der Familie, dass die da nicht mehr wirkt. Also, ich habe in der Familie jemanden kritisiert vor kurzem und kann empirisch bestätigen, es hat Folgen gehabt für mich. Also, für dich. Enterbt. Das müsste mir irgendjemand haut aufs Mikro. Warte mal kurz. René? Ja, ach so, ja, ich bin ansprechbar. Ja, ja. Aber René, führst du immer noch gerade deine erste These aus? Nimm die Ausführungen Ende und komm zu einem Punkt. Thomas hat mich doch unterbrochen. Wie ist das gedacht? Wättest du irgendwas von dem, was du gesagt hast, nicht gesagt, hätte ich die nicht unterbrochen? Also, die These sagt, die Rollen lösen sich in der Individualisierung, Bestrebung unserer Gesellschaft auf. Und früher konnte man Kritik üben, weil Kritik sowohl als Kritisierender als auch als Kritisierter in der Rolle stattfand. Man hat nie die Person als solche kritisiert, sondern die Rolle, in der sie war. Und heute, wo die Authentizität über uns hereingebrochen ist, wird die Kritik zum einen persönlich, weil du dich nicht mehr auf die Rolle beziehst, sondern gleich den ganzen Menschen mit drin hast in der Kritik. Und hinzu kommt, eine persönliche Kritik verfällt dann leicht wieder in den Status einer Meinung. So, das ist die These eins. Ich bitte um Daumen hoch oder Daumen runter. Das sind, wie gesagt, Ad-Hoc-Thesen, die ich entwickelt habe. Und ja, das ist jetzt nicht höchster wissenschaftlicher Gehalt. Das ist nur so ein erster Gedanke dazu. Tendenziell Daumen runter. Echt? Wieso? Also, natürlich kann man das als These so aufstellen, um sie zu überprüfen. Aber ich ... Also, es ist jetzt einfach auch nur eine Meinung. Ah, ah, ah. Genau. Ich möchte aber richtige Kritik haben. Buckliche, kleine Bruder der Kritik, die einfache Meinung. Du kannst es ja in Kritik verwandeln, indem du deine Meinung mit Argumenten versiehst. Genau. Wollte ich gerade machen, wenn wir nicht zwei dazwischen gequatscht hätten. Also, ich glaube, es gibt so eine Tendenz, zumindest in unserer Gesellschaft und wahrscheinlich auch in ähnlichen Kulturkreisen, dass man genau nicht die Person kritisiert. Aber anstatt Rolle weiß ich gar nicht, ob das überhaupt jemals so war, was du da jetzt ausgeführt hast. Also, es gibt das, das kommt so aus der Kommunikationspsychologie. Man soll das Verhalten und nicht die Person. Und ein Verhalten konkret nennen und nicht eine ganze Person auf einmal kritisieren. Und jeder halbwegs gebildete Mensch macht das doch mittlerweile in unserem Kulturkreis fast automatisch so. Und das andere ist, dass, also, ich würde stärker zwischen Kritik und Meinung eben unterscheiden. Kritik kann auch sozusagen nur auf Meinung fußen, aber Kritik kann auch fundiert sein. Und es gibt halt einfach beides. Und also so eine Meinungskritik ist meistens einfach nur lästig und häufig auch dumm. Es gibt dazu, Herr Luhmann wurde mal gefragt, vor welcher Kritik er sich denn am meisten fürchtet. Darauf hat er gesagt, vor der Dummen. Genau. Ja, aber das ist schon sehr überheblich. Aber es, ja. Ja, das sei mal dahingestellt. Ja, klar. Aber ich möchte, muss jetzt doch noch mal was zurechtrücken, dieses Argument. Ich meinte das so, dass sich eine Kritik auf ein bestimmtes Verhalten, auf eine bestimmte Äußerung bezieht und diese Äußerung verursacht wurde von einer Person, weil sie eine bestimmte Rolle innehat. Und deshalb diese Kritik nicht die Person in ihr Mark erschütterte, weil sie ja in ihre Rolle sprach. Und wenn die Rollen zurückgehen, dieses Verhalten nicht mehr auf die Rolle zurückgeführt werden kann, sondern auf die Person, auf die authentische Person als ganze Person und damit jede Kritik quasi zur, so nach dem Motto, ich habe nichts gegen deine Meinung, sondern lediglich gegen dich als Person habe ich was, gegen dich als Menschen, als Wesen. und dass es möglicherweise so ist, dass wir das merken, dass wir die Menschen damit, also den ganzen Subjekt damit in die Kritik ziehen und deshalb es als Meinung formulieren. Ich bin mir nicht sicher, also … Ja, sicher bin ich mir auch nicht. Es sind Arbeitsschutz. Ja, ich wollte den Satz noch zu Ende führen. Das willst du immer. Permanent willst du deine Satze zu Ende führen. Das fällt schon richtig auf. Okay. Ich werde daran arbeiten. Ich nehme diese Kritik zu kennen. Ich bin mir nicht sicher, ob, also klar, dieses, dieses, ist diese, dieses Rollenverhalten und so weiter, das ist natürlich eine, sage ich mal, soziologische Fassung von, von Verhalten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob auch das immer innerhalb der Person so vollzogen wird, dass, wenn, wenn Menschen hier Rolle festgelegt sind, so, wenn man sagt, halt, früher in einem nicht bestimmten Zeitraum, na, also das Stammtisch früher, ähm, wo, also wo, qua Rolle noch eine Vollinklusion stattgefunden hat, na, wie vielleicht Simmel, äh, die, äh, die kleinen, kleinen Dörfer und so weiter, das Landleben beschreibt. Ja. Ähm, na, also, dass, dass Personen voll inkludiert waren, in, mit ihr, mit ihrer, mit ihrer Rolle, dass sich das halt zersplittert, dass es nötig geworden ist, also vor allen Dingen auch in dem Sinne, ist es, ist halt so dieses Multirollenverhalten, ist ja, ist ja dann eher ein neues Phänomen, dass es für Personen nötig geworden ist, denn halt, auch wenn wir bei Simmel bleiben, in den großen Städten dann, äh, in verschiedenen Situationen, verschiedene Rollen anzunehmen, und nicht mehr, halt, die Möglichkeit gewährt ist, die Konsistenz aufrecht zu erhalten, dass gerade dann, ähm, wo denn, im Prinzip so voll inkludierte Rollen sind, dass da dann auch eine Kritik an der Rolle, ja noch viel stärker auf die Person fällt, weil es ist doch die Frage, ob Personen zwischen sich selbst und der Rolle, die sie haben, differenzieren, und ob das überhaupt möglich ist, zu sagen, ja, ähm, in der Welt befinde ich mich im Prinzip, ich bin ja immer in einer sozialen Situation, ne, ob das jetzt halt Beruf ist, ob das Freizeit ist, ob das Familie ist, ähm, selbst wenn ich alleine vorm Fernsehen sitze, werde ich ja in, in einer gewissen Rolle halt dann angesprochen, auf die ich dann auch in dieser Rolle dann irgendwie reagiere, äh, na, ob da da denn halt zwischen Person und Rolle getrennt werden kann, oder ob das überhaupt möglich ist, halt, was ist denn, was ist denn die Person, wenn man, wenn man sie aller Rollen entkleidet? Na, also im Prinzip ist doch nur die Rolle, bezeichnet doch nur ein Verhältnis. Ich würde dann auch eher vom Subjekt jetzt sprechen, weil der Personenbegriff ist ja nochmal, ja, gut, ja, ja, ist, ist begrifflich und sauber, ähm, na, aber, aber da würde ich mich jetzt, also weil ich es auch nicht weiß, aber da würde ich mich jetzt tatsächlich fragen, was, was ist vom Subjekt übrig, wenn die ganzen, wenn die ganzen Rollen wegfallen, ne, ähm, kann das Subjekt aus sich selbst ein Selbstverständnis herausbauen, oder ist es eher halt so, dass es immer auf die Rollen, weil Rollen, was beschreibt es denn, außer das Verhältnis zu der, zu der, äh, Umwelt, sowohl, äh, physisch als auch sozial, in der sich Menschen denn immer befinden. Und entweder ist es halt, ist es halt ein lockeres, das Rollen wechseln, wenn, wenn, oder es ist halt ein sehr striktes, wo denn die ganze Zeit, man in einer Rolle, also sich im einen Verhältnis befindet. Ja, aber du bist doch, äh, Luther hat doch noch gesagt, hier stehe ich und kann nicht anders. Er hat ja nicht gesagt, hier stehe ich als, in meiner Rolle als Reformator und kann nicht anders. Und irgendwann kam er. Ja, aber kannst du das, also ich meine, das kannst du doch, aber halt analytisch könntest du das doch aufbrechen, nur weil er sich nicht da gesehen hat, dass das jetzt eine Rolle ist, in der er sich befindet. Das heißt das ja nicht, dass man das nicht so beschreiben kann. In seiner Rolle als Theologe stand er da. Ja, aber das Selbstverständnis, ich müsste dann in die Empirie gucken, aber das Selbstverständnis, zum Beispiel, äh, das Rollenverständnis, weiß nicht, 50er, 60er Jahre, so Mann, Frau, Familien, Oberhaupt, das sind bestimmte Rollen, in denen man, in denen man auftritt. Und die, äh, erfordert dann auch einen gewissen, äh, Pfaller beschreibt das auch, äh, als eine Möglichkeit des Respekts. In der Rolle, du gehst in eine Rolle, als Gastgeber oder so, halt in eine bestimmte Rolle, nicht als du, als dein authentisches Subjekt, dein Inneres, was es ja höchstwahrscheinlich gar nicht gibt, aber auch im Selbstverständnis, gehst du in eine Rolle, weil du der anderen Person, die da zu Gast ist, eine bestimmte Höflichkeit gegenüber, äh, erweisen möchtest. So hat er das beschrieben. Und das geht etwas zurück, scheinbar, muss man nochmal gucken, äh, dahin, dass wir wieder nicht voll inkludiert, kann man jetzt so nicht sagen, aber dass wir uns dann voll einem Lebensstil oder so zuordnen wollen. Ich will mal gerade noch eine soziologische Theorie reinwerfen, die, glaube ich, auch sehr gut dazu passt, ähm, der man sich dann auch ein bisschen abarbeiten kann. Das passt doch sehr gut auf, ähm, Ulrich Becks Individualisierungsthese und der, den Geschichten außenrum. Da wäre es ja auch so, dass er, dass man sagt, man geht davon aus, beispielsweise, die Menschen müssen nicht mehr so stark die Geschlechterstereotypen leben. Aber, Nachteile, also damit haben sie erstmal Freiheit gewonnen, ähm, aber Nachteil ist, es wird ihnen auch zur individuellen Last und Verantwortung gelegt, was sie jetzt genau leben. Man kann sich nicht mehr darauf zurückziehen, dass man ja nur, ähm, das macht, was eine Frau oder halt der Mann eben halt so macht, sondern, äh, Ja, ja, genau. Das ist sehr gut, weil, die, als Feministin konntest du früher den Mann als solchen, oder wie Simmel hat mal formuliert, die Frau als solche, irgendwo steht das so schön geschrieben drin, konntest du den Mann als solchen kritisieren und hast ihn nicht abgeschossen als Subjekt, weil jeder wusste, du kritisierst das Verhalten eines Mannes, was du daran kritisierst, ist, das Verhalten ist eine bestimmte Rolle, eine gesellschaftliche Rolle. Wenn er aber das zu seinem persönlichen Lebensstil macht, die Selbstverantwortung dafür übernimmt und du kritisierst das Verhalten des Mannes, kritisierst du das Subjekt, die Wahl des Subjektes so nicht mehr, die gesellschaftlich vorgeschriebene Rolle. Und das macht Kritik zu einem Angriff von der Rolle zu einem Angriff auf das Subjekt und deshalb formulieren wir es, ist die These, deshalb formulieren wir die Kritik als Meinung, weil das schießt das Subjekt nicht ab. Ich bin mir immer noch, also ich bin mir, ich bin immer noch am Zweifeln über diese, über, ob es diese, diese Trennung, sag ich mal, in der Selbstbeschreibung zwischen Rolle und Subjekt halt wirklich gibt oder ob das halt von außen herangetragene Beschreibungsbegriffe sind. Denn, jetzt früher, sag ich mal, in der Rolle als Mann, die ja festgelegt war, das konnte aber auch, es gab halt, also da, dieses Rollenverhalten und so weiter, jetzt gerade bei Geschlechtern, Mann, Frau, patriarchalen Gesellschaften, war ja auch in der Hierarchie und so weiter und es gab da unter, soweit ich weiß, gab es da mal Untersuchungen zu, wurde, boah, boah, das ist so, hat man mal während seiner Studienzeit, wurde das, ploppte die auf. Ich kann jetzt gar nicht mehr, aber es ging, glaube ich, um Südstaaten, USA, wo auch, halt gezeigt, also wo, auch diese Zuschreibung halt der Männer als, als das, als das hierarchisch höher stehende, sag ich mal, Rolle, auch gerade von den Frauen praktiziert wurde und zwar, gerade gegenüber Kriegsdienstverweigerern, die denn als unmännlich galten und da merkt man dann halt auch, das, das kann für Menschen dann Probleme bereiten, auch wenn das, also weil sie erstmal halt, das, das ist ja nicht ohne weiteres, wenn man nämlich dieses Rollenbild, was, in das man dann ja auch oft hereingebohrt, geworden wird, also man, man sucht sich ja nicht aus irgendwie, ich erfülle, ich komme jetzt in das Rollenbild der Frau oder in das Rollenbild des Mannes, das ist ja eine Zuschreibung dann, die von außen passiert und das hat handfeste Konsequenzen, wenn man dem nicht entspricht und das kann, denke ich auch, für die, für die Person, für das Objekt ganz, ganz eklatante Konsequenzen haben, wenn sie merken, wenn sie, wenn sie ja wissen, dass sie Mann sind und ich meine, das ist halt so, das ist halt so theoretisiert so, sie, sie befinden sich in einer Rolle als Mann, so das ist halt wahrscheinlich so, also wo ist es richtig, weil es halt dieses, dieses Mann sein so wahrscheinlich physisch gar nicht vorliegt, sondern das dann entsprechend halt sozial konstruiert wird, aber das ist, aber dieses Mann sein ist dann für die Person, die sich in der Rolle befindet, durchaus Realität, durchaus ein natürlicher Zustand, der dann halt sehr belastend sein kann, wenn klar wird, dass von außen man halt diesen, diesen Ansprüchen, die an die Rolle Mann sein gerichtet sind, dass man die nicht erfüllen kann. Also da würde ich jetzt sagen, wir haben das jetzt diskutiert und wir verbleiben dann soweit, also wir kommen ja dann nicht mehr zu einer Lösung, dass wir auf der Theorieebene uns nochmal genau angucken müssen, das Verhältnis von Subjekt und Rolle und Selbstbeschreibung und auf der Empirieebene versuchen müssen zu operationalisieren, wie man denn messen könnte, ob es, ob die Rolle, ob die Kritik am Verhalten jetzt deshalb eher als Meinung geäußert wird, weil man eine Person nicht verletzen will, weil diese Verletzung aufgrund eines, einer, einer authentizitierenden Gesellschaft, ich habe ja noch, okay, seid ihr soweit zufrieden? Dann würde ich mit der zweiten These, weil ich glaube, da haben wir jetzt einen Punkt der Sättigung, würden die, würden die qualitativen Grounded Theory Forscher sagen, haben wir erreicht. Jetzt müssen wir zurück an den Schreibtisch und forschen. Nee, vielleicht ganz kurz, wir hatten da auch genau über diese Frage mit der Kritik hatten wir auch hier bei, als wir, als wir Autorität besprochen hatten, hatten wir da auch schon mal drüber geredet und da, da war ja der Punkt. Ja stimmt, da haben wir zwei Folgen eigentlich zur Kritik. Genau, das, das wir auch gesagt haben, also was ich auch als Problem sehe, das ist eine, dass es einen Unterschied gibt zwischen Kritik und Meinung, bloß dass Kritik damit im Prinzip der Zahn gezogen wird, dass es mit Meinung gleichgesetzt wird, weil Meinung ist ja, ist ja bedingt durch den Ursprung der Meinung, das Subjekt, die dann halt einzeln da so rumwusseln, ist es halt perspektivisch gebunden und halt, wie es aus dem, aus dieser Winse, über Geschmack lässt sich nicht streiten, dann kann man es halt so oder so sehen, bloß Kritik ist ja immer die Sache, Kritik ist ja, ist ja nicht nur Meinung, sondern sie verlangt ja auch ihre Verwirklichung. und das ist erst mal ein Unterschied und dann ist halt die Frage und dann ist ja auch, dann liegt ja in der Notwendigkeit, in der strukturellen Notwendigkeit der Kritik halt etwas dafür zu tun, dass sie diese Verwirklichung auch beanspruchen kann und jetzt in unseren Kreisen würden wir sagen, ja, das wird gewährleistet durch Argumente, wenn wir Argumente bringen, dann können wir halt auf Grundlage von Argumenten, können wir verlangen, dass unsere Meinung halt zu bestimmten Sachen, wie irgendwas sein sollte, halt verwirklicht wirkt, wenn wir die besseren Argumente haben. Halt, es kann natürlich halt, es ist dann auch wieder, ab hier vom Kontext sein, man kann natürlich auch halt als Verwirklichungsbasnahme, kann auch Gewalt dienen, körperliche Gewalt oder Autorität und so weiter, es kann alles irgendwie, natürlich, aber jedenfalls immer die Kritik, die verlangt ja ihre eigentliche, eigene Verwirklichung, während Meinung ist halt, na, man guckt sich was an und wenn man gut fühlt, wenn man schlecht ist, aber auch eigentlich scheißegal. Das führt tatsächlich zu meinem zwei, zu meiner zweiten Ad-Hoc-These. Aber kann ich mal, Stichwort Waschmaschine? Ach so, ich dachte jetzt, ja, weil mir fiel eine Studie zur Waschmaschine ein, aber die meinst du gar nicht, du meinst deine Waschmaschine. Ja. Ja. Stummschalten? Der Dominik geht dir zur Waschmaschine, sein Männerbild zerstören. Genau, mein Männerbild zerstören. Wenn seine männliche Rolle verlässt, dann kümmere mich mal um die Waschmaschine. Genau. Ich würde sagen, wir machen hier eine Pause, oder? Und wenn du zurückkommst, machen wir weiter. Okay, dann gut. Okay. Bis gleich. Schalten wir aus, soweit. Okay. So. Gut. Jetzt haben wir gerade festgestellt, dass wir die totalen Frauengespräche führten. Aha. Weil Dominik wollte Wäsche waschen, du wolltest Wäsche aufhängen und ich wollte Wäsche bügeln. Und dann haben, als du weg warst, Dominik und ich, uns darüber unterhalten, wie man geknitterte Wäsche am effizientesten entknittert kriegt. Und ich dachte mir, da haben wir unser Rollenbild schon weit verlassen. Ja. Ich bin, ich kann das nicht ganz tun, weil ich bügel meine Wäsche nicht. Nee, aber ich habe nie feststellen können, dass es einen Unterschied gemacht hätte, ob die Wäsche gebügelt ist oder nicht. Hat es dein Umfeld schon mal feststellen können? Hast du die mal befragt? Äh, nö. Aber das ist so wie jemand, der sagt, ich habe nie feststellen können, dass es einen Unterschied macht, ob ich mich dusche oder nicht. Ist es dir schon mal unangenehm aufgefallen, René, wenn wir uns gesehen haben, dass meine Wäsche nicht gebügelt ist? Ich habe dafür keinen Blick. Obwohl ich habe einen Test gemacht, angeblich habe ich ein ein fotografisches Gedächtnis. Da ich mir aber nie was merken kann, habe ich geschlussfolgert, dass ich einfach an nichts Interesse habe, was mich umgekehrt hat. Ja, wir wollten zur zweiten These kommen, zur zweiten Kritik-These. Genau. Vielleicht kannst du sie diesmal etwas kürzer ausführen. Thomas werde ich dafür auch nicht unterbrechen. Genau. Gib dir mal eine Mühe, dass du unter zwei Minuten bleibst. Thomas hat ja gesagt irgendwas, was mich zur zweiten These brachte. Ich weiß gar nicht mehr was. Also, die zweite These ist die, dass die Generation Y, also die Generation Y, als die langweiligste Generation aller Zeiten gilt, so sagt das Manager Magazin. Und das ist die angepassteste Generation aller Zeiten, seit Bestehen der Menschheit. Und ihr wird attestiert, sie sei konfliktscheu. Und Kritik erfordert ja den Konflikt, die Meinung nicht. Und spielen ja eine große Rolle im Arbeitsprozess. Und die sind schuld, dass die Kritik zur Meinung wird, weil sie halt so langweilig sind, als Menschen, als Generation. Das ist die zweite These. Wer ist Generation Y? Also, sind die Geborenen zwischen 1980 bis 1999. Hervorragend. Das bedeutet, ich gehöre zu diesen langweiligsten Menschen. Ja, ich gehöre dazu. Ja, und konfliktscheu. Ja, das bin ich auch. Naja, es gibt Ausreißer. Nee, gibt es nicht. Okay, also das wäre eine These, die eigentlich nicht widerlegbar ist, weil sie nur als Meinung und nicht als Kritik an der Generation formuliert ist. Und Meinung kannst du nicht widerlegen. Achso, ja. Naja, man kann aber die Gültigkeit dieser Meinung bestreiten. Mach's doch. Wieso ich? Ich, ich, äh, ich... Kommen wir dann in die... Nein, doch, nein, doch, nein, doch. Argumentation. Nein, ich, ich toleriere diese Meldung. Nein, man müsste es einfach nachschauen. Wie nachschauen? Ja, genau. Ich schaue mal kurz aus dem Fenster. Was meinst du, Dominik, mit nachschauen? Also natürlich muss man sich überlegen, wie man es nachschauen kann, aber es, also, ähm, was hast du gesagt? Konfliktscheu wären die. Ja, und also die, die These ist dann, die, äh, formulieren Kritik nicht mehr als Kritik, weil Kritik mit Konflikt, äh, einhergeht, sondern nur noch als Meinung, weil sie da, äh, den Konflikt umgehen können, weil Meinung kann man immer so stehen lassen. Und das wäre generationstypisch. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall, äh, äh, um da, um darauf eine Antwort zu finden, ähm, weil es da ja um eine Generation geht und so weiter und in allgemeinen Prozesse, dann lohnt es sich schon nicht mehr auf Einzelpersonen, auf Individuen zu gucken, weil wir uns dann ja über soziale Prozesse verhalten. Und dann ist halt die Frage, ähm, wie sind die sozialen Verhältnisse? Äh, das ist, dass das die Konsequenz ist. Und ich glaube, es ist, ich weiß es nicht, ähm, genau, aber ich glaube, auch bei Ulrich Beck steht auch sowas ähnliches, halt, dass durch diese, ähm, mag auch sein, dass es irgendwo anders steht, aber es sind auch, glaube ich, soziologische Binsen, ähm, dass, äh, durch die, nach, nach den, äh, äh, 70er, 80er Jahren, die wirtschaftlich relativ stabil waren und so weiter, also eine Generation, die mit sicheren Arbeitsplätzen gewachsen, also ökonomischer Sicherheit und dann jetzt die Vollgeneration auch, die, äh, das, was in der Elterngeneration noch als gesichert galt, das jetzt auch, ähm, in Gefahr gerät, dass, äh, es auch einfach nicht mehr möglich ist, weil jedes Abweichen einem zu verhängen ist, also zur, zur realen Bedrohung werden kann. Zumal auch ja, ähm, und deswegen, wenn wir dann auch über Kritik reden, lohnt es sich ja nicht, sich nicht anzugucken, Einzelpersonen, wie Einzelpersonen irgendwie Kritik äußern und dann, ja, diese Person ist richtig kritisch und diese ist lediglich affirmativ und so weiter, sondern da muss man halt gucken, wie wird, also wie ist Kritik, wie wird, wie wird die allgemein behandelt und ich bin der Meinung, das ist halt so diese, ähm, dass das in der, in der Struktur wie mit, mit Wissen und so weiter umgegangen wird, das ist darin verankertet, weil es eine, eine, ähm, zu einer Technisierung verschieden, also von Prozessen gekommen ist und Technisierung in dem Sinne halt einer, einer strikten Berechenbarkeit auf Grundlage von Fakten und alles, was daneben herläuft, alles, was nicht dieser Form von Wissensproduktion, ähm, entspricht, womit im Prinzip die kompletten Sozialwissenschaften wegfallen, dass das immer in diesem, immer halt so dem Bereich der Meinungen zugeschrieben wird und, ähm, und halt Fakt soll jetzt nicht heißen als etwas, was wirklich Fakt ist, sondern was als Fakt gilt, ne, also insofern dann halt irgendwie etwas daherkommt und dann irgendwelche Allgemeinposten und so weiter als Fakten präsentiert, kann ja auch einfach sein, irgendwelche Umstände, die eigentlich kontingent sind, jetzt aber nun mal so sind, wie sie sind, dass das denn halt zum Naturgesetz, zum Fakt wird, von dessen Warte aus dann weiter, ähm, gerechnet werden muss, ohne halt zu erkennen, dass auch da halt das anders möglich ist und dass Kritik auch gerade daran ansetzen kann, was denn aber halt dadurch entschärft wird, dass, äh, Kritik dann halt immer als, halt in Meinung dann umformuliert wird, sondern, du stellst da keine Kritik dran, sondern, es ist eine Meinung und da muss man sich auch mit den Gründen oder den Argumenten der Kritik gar nicht weiter beschäftigen, was dann auch nicht getan wird. Kritik? Hast du gerade einen Vortrag? Ich glaube, du redest jetzt seit 10 Minuten. Ja, ähm, danke, danke für diese Information. Nee, nur so alles, nicht als Kritik, keine Information. Ja, nee, okay. Das ist, das ist, das habe ich oft, dass Leute kommen, nee, eine Person kommt und immer sagt, das wird dich nicht so und mach das nicht so und das nicht so und bitte mach das anders und das hast du nicht gut gemacht und hier liest du ganz falsch und wenn ich dann sage, ja, aber, kommt, ja, du verträgst wohl keine Kritik und da, da werde ich zum gefühlten Mörder. Ja, bei sowas ist, das klingt dann aber auch, dass, dieser, dieser ganzen Kritik dann eher eine Selbstbeschreibung der Person als halt so, also, dass, denn Kritik auch, ich muss aber sagen, ich will gar nicht weitermachen. Ich weiß gar nicht, wovon du in zehn Minuten geredet hast, ich weiß es echt nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich sage einfach mal, wir lassen diese These so stehen, wobei Dominik könnte wahrscheinlich mir eine Frage beantworten, also, ich wirke dich jetzt einfach mal ab. Nee, vielleicht noch ein letzter Satz. Kritik, Kritik, es gibt, es gibt was, Kritik wirkt dann noch, wenn es über institutionalisierte Kanäle läuft, ne, also, es gibt ja halt so Einrichten, die, die sagen dann, ob das jetzt halt irgendwelche, ähm, hier, kennt man ja, Unternehmensberatung und so weiter, die dann extra engagiert werden, um zu kritisieren, dass es institutionelle Kanäle gibt, die praktisch zum Kritisieren da sind, die haben so eine, das ist so das, das Monopol auf wirkungsmächtige Kritik. Genau, letzter Satz, so das war's. Ich wollte Dominik mal fragen, welches denn der konfliktscheueste Lebensstil ist? Das ist der Lebensstilforschung. Ähm, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Das ist auch so ein Thema der Lebensstilforschung, was, glaube ich, keins ist. Na gut, können wir ja, können wir ja zur nächsten These kommen. So, die dritte These geht jetzt ganz anders an die Sache ran, nämlich behauptet genau das Gegenteil von dem, was Klaus Kusanowski sagte. Er sagte ja, Kritik ist dermaßen beliebig, weil es stößt sich keiner mehr dran. Sie ist erlaubt, alle, alle enthalben, und deshalb hat sie keine Wirkung mehr. Und ich würde dann mal, einfach mal ad hoc gucken, könnte es so sein, dass Kritik dermaßen sanktioniert ist und dermaßen unerlaubt, dass man sich kritische Äußerungen nur noch maximal in der Form von Meinungsäußerungen zu äußern traut. Sodass man sagt, in der offenen Gesellschaft darf man eine Meinung haben, das wird niemand kritisieren, aber die Kritik darf man eigentlich nicht mehr äußern, deshalb muss man es als Meinung. Würdet ihr da, müsst ihr, also, ist mir nur so ad hoc gekommen, ich bin mir dann auch mein größter Kritiker, sozusagen. Aber ich bin halt mir nicht sicher, ob Kritik wirklich so beliebig geworden ist. Darf ich da kurz, darf ich daran anschließen? Bitte, Thomas, du bist dran. Ja, bitte rechtzeitig oder rechtzeitig, falls ich wieder, falls ich mich wieder anfange, um meine eigene Achse zu bringen. Darf ich da, das ist auch so ein Ding, darf ich daran anschließen, ist so ein Trick, weil das sagt ja nicht, also es ist ja ein Unterschied, ob jemand sagt, darf ich darauf antworten oder darf ich darauf anschließen, kann ja alles Mögliche jetzt kommen. Ja. Aber ich möchte, nee, weil ich hatte ja gerade gesagt, dass ich glaube, dass es halt diese institutionalisierten Kritikkanäle gibt und ich glaube auch, dass neben diesen Kanälen Kritik nicht gerne gesehen wird, weil sie dann nicht kontrollierbar, also nicht mehr, in der Vorstellung nicht mehr kontrollierbar ist, ne, wenn, sagen wir mal, René, du jetzt in der, in der Hochschulverwaltung, du machst da irgendwelche, irgendwelche Studien, so, ne, und machst eine Erhebung und so und du hast, das geht ja den, irgendwie den Amtsweg, ne, diese Sachen, wie sie dann verarbeitet werden und das ist ja auch eine Form von Kritik, die da passiert, ne. Ja, es wird sehr oft, ja klar, es wird, also, die reine Beschreibung ist manchmal schon Kritik. Das sagt ja, das hat ja auch, witzigerweise, hat ja auch Marx damals halt über sein, sein Kapital gesagt, ne, er kritisiert den Kapitalisten, er will den Kapitalismus nicht kritisieren, er beschreibt ihn, das ist Kritik genug. Ja, okay. ne, aber, aber ich glaube, das ist, und das ist ja auch möglich, ne, dafür bist du auch tatsächlich dann auch noch angestellt, das ist ja der Grund, warum du dann halt dann in dieser Funktion da sitzt, wenn du da Erhebungen drüber machst und so weiter, also das praktisch. Aber die Kritik, muss ich dir recht geben, die steht mir nicht zu. Ich bin nicht die Institution für Kritik, sondern das ist schon, du hast schon recht, Kritik am Hochschulwesen ist auch institutionalisiert. Also, ich kann das zwar äußern, aber halt wirkungsohnmächtig. Und, und ich glaube, es wird einfach, ähm, Kritik, es kann dann auch negative Konsequenzen haben, wenn sie außerhalb dieser Kanäle erfolgt. Ne, wenn du jetzt nämlich mit deinen Studien sagen würdest, okay, so und so viele durchgefallen, so und hast eine entsprechende Analyse gemacht mit, mit Variablen und hast dann herausgefunden, irgendwie daran, daran könnte es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit liegen und du lässt es nicht den Amtsweg gehen, sondern schickst es der Presse. Also die, wenn es dann halt in der Presse, habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Wenn es dann veröffentlicht wird, wäre es ja eigentlich egal, ne, also weil, weil die werden es, also die, die Leute, die es erfahren müssen, würden es ja auch so erfahren. Ähm, bloß das könnte, also das könnte ernsthafte Konsequenzen für dich haben. Ähm, halt und obwohl, und im Prinzip ist, ist dann nur der Kanal der Unterschied, wie es, wie die Kritik dann letztendlich zu ihrem Ziel gelangt ist, ne, ob das halt durch den, weil im Prinzip, du kritisierst, wenn man so will, dann auch nicht, sondern du stellst der, der Presse halt deine Informationen dann zur Verfügung und die macht was damit. so. Und genau so machst du es ja auf die anderen Seite. Ähm, aber, und ich glaube halt so, Kritik muss halt in diesen, in diesen, in diesen Kanälen bleiben, um wegen dieser Vorstellung von Kontrollierbarkeit und so weiter, was natürlich denn privilegierte Positionen sind, die halt auf diese Kanäle zugreifen können. Diesen Punkt, den habe ich noch gar nicht so, also den finde ich sehr reizvoll, den Gedanken, dass wir vielleicht, müsste man natürlich auch nachprüfen, aber vielleicht gesellschaftlich die Kritik, also in die Institution gepresst haben. Und außerhalb dessen ist halt nur noch Meinungsäußerung irgendwie relevant, weil du weißt sowieso, dass deine Kritik, also nicht mehr als eine Meinung aufgefasst wird. Also finde ich, finde ich, müsste ich drüber nachdenken, ist ein interessanter Punkt. Doch. Ja, das, doch, der gefällt mir, das wäre, da könnte man wahrscheinlich was draus machen. Okay, ja. Vielleicht, vielleicht, wir können ja mal, wir können ja mal, wir können ja mal anhand dessen so eine Art Selbstreflexion durchführen, weil wir sitzen ja, wir haben ja hier diesen Podcast und wir reden über verschiedene Dinge und äußern ja auch Kritik. Mhm. Und was bedeutet jetzt, was bedeuten jetzt diese Thesen für uns, die wir hier jetzt in diesem Podcast, der auch halt, den halt Kritik äußert, halt, was bedeutet das dafür? Ja, erstmal müssen wir gucken, wo haben wir denn jetzt Kritik geäußert? Wir haben uns ja über Kritik, über ein paar Thesen ganz objektiv hergemacht. Wir haben das... Objektiv. Wir haben das ja nicht als Kritik geäußert an irgendwas. Maximal als, dass diese, okay, die letzte These wäre eine Kritik der These von Klaus Kusanowski. Da müsste ich euch aber fragen, ist denn eine Gegenthese Kritik? Nein. Ja, was, was ist denn Kritik? Ist, der ist ein anderes Wort für, bitte macht das anders. Es kann, eine Kritik kann doch auch schon sein, also sagen wir mal, eine, eine, eine abweichende Beobachtung, dass man einen Zustand anders beschreibt, halt, als er normal beschrieben wird und das halt denn mit dem Anspruch auch, ja, auch meine, meine Beobachtung erhebt Gültigkeit für sich. Wenn wir jetzt bei Marx bleiben, mit dem Kapital hat er aus seiner Perspektive den, das, die kapitalistische Gesellschaftsordnung beschrieben. Ja. Und das Kapital ist auch ein sehr trockenes Buch, das, ja, es ist halt, es ist halt eine nüchterne Beschreibung so, natürlich mit seinen Spitzen, aber das gilt als scharfe Kritik. Aber nur, wobei da gar nicht geschrieben wurde, das ist schlecht, das ist gut und so weiter, das ist einfach nur, aber im Prinzip nur, weil die, die Beschreibung der Verhältnisse, den Wertvorstellungen der Leute, die sich da drin befinden, beziehungsweise diese Süßigkeiten sollen, widersprechen. Ja, Wertvorstellung ist der Punkt, nämlich. Genau, aber die Wertvorstellungen sind ja immer da und deswegen dürfen Beschreibungen diesen nicht widersprechen. Wenn du dich, sagen wir mal, du hältst dich, du hältst, nicht du, ich, ich halte mich für, ich halte mich für einen unheimlich hübschen Menschen. Den würden wir nicht widersprechen. Ja, jetzt aber für das Beispiel. Okay. Ne, sagen wir, also ich halte mich für einen unheimlich hübschen Menschen und du kommst jetzt daher und sagst mir, na, also als, als attraktiv gilt zum Beispiel, ja, wenn das Gesicht symmetrisch ist und goldener Schnitt und all diese Faktoren und so weiter, Sachen, die dann auf mich eventuell gar nicht zutreffen, so, dann hast du jetzt erstmal, dann könnte man ja sagen, ja, du hast da jetzt, du hast ja mich gar nicht angegriffen, so, du hast ja nur, sagen wir mal, was wiedergebende Beschreibung abgeliefert, aber wenn meine Selbstbeschreibung ist, ich bin ein unheimlich hübscher Mensch, dann hast du mich kritisiert. Also, Kritik, Kritik ist, ähm, ist ja, ich würde mal sagen, ein Herrschaftsbegriff auch, so, ähm, also, Kritik ist eben eine fachmännische Beurteilung zum Beispiel und eine Meinung eine nicht fachmännische Beurteilung, so, ähm, ähm, da schwingt ja eigentlich eine Wertung mit und, ähm, äh, bei einem Linksliberalen, der sich als Intellektueller darstellt, ähm, äh, der, ähm, verkauft seine Meinung als Kritik oder der schafft es durchzudrücken, dass seine Meinung Kritik ist und, ähm, also, indem er das fachmännisch inszeniert und, ähm, bei anderen ist das eben nicht möglich. Auf der anderen Seite oder gleichwohl wird es wohl auch so sein, natürlich gibt es irgendwas, was absolut, ähm, substanzlos ist und, äh, von sich geäußert ist und, also, es gibt, es ist schon auch sinnvoll, äh, manchmal zu unterscheiden zwischen Kritik und Nichtkritik, aber, ähm, wenn vielleicht, ich habe das nicht mitbekommen, äh, wie das, ähm, der Klaus Kusanowski oder wie heißt er? Kusanowski? Klaus Kusanowski. geäußert hat, so, vielleicht, ähm, schwingt da ja auch ein bisschen das mit, ähm, nachdem viel mehr Menschen Kritik äußern, vielleicht auch wirkliche Kritik, ähm, ist Kritik damit inflationär geworden und, ähm, vielleicht, ähm, ist das, was er meint, ähm, also, sozusagen, vielleicht, ähm, ist sein Eindruck, ähm, auch dadurch getäuscht, dass er diese Infla, also, das, was es sich, wenn, wenn jemand wie er jetzt Kritik übt, dass das nicht mehr so viel wert ist, wie es früher war, weil, ähm, das eben nicht mehr ein Monopol von Intellektuellen ist. Ja, vielleicht, ähm, ich finde das, ich finde das, gut, was du gerade gesagt hast, vielleicht müssen wir, ähm, nämlich auch da wieder zwei Sachen trennen, nämlich einmal, was du beschrieben hast, so diese, das, das, das durch, das hängt ja auch, auch zusammen mit modernen Verbreitungsmedien, Internet und so weiter, es ist viel leichter, ähm, irgendwas halt, für eine, für eine potenzielle Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, ne, seine Meinung. Und die Menschen sind gebildeter, das ist glaube ich auch ein Grund. Ja, aber das, inflationär ist es ja auch einfach so, dieses, alles, was da passiert, das kann man ja nicht alles zur Kenntnis nehmen, das geht, also, das geht ja zeittechnisch nicht, ne, man kann ja nicht so viel, so viel kann man gar nicht lesen. ähm, dass, ähm, durch, durch das Auswahlproblem, Kritik tendenziell, abgewertet wird, weil es erstmal nicht von Meinung unterschieden wird, und das ist glaube ich die zweite Ebene, ähm, was ist der Unterschied zwischen Meinung und Kritik, den man dann bestimmen müsste, und, wie wird Meinung und Kritik behandelt, unter, unter den Bedingungen dieser, äh, dieser Verbreitungsmedien und so weiter, und den, den halt geänderten rechtlichen Voraussetzungen, dass halt, ähm, halt so im breit weitesten Sinne gesagt werden darf, was möchte, ne, ähm, und, weil, weil, da wollte ich nämlich noch was, weil, weil es nämlich auch etwas gibt, dass Kritik, denke ich, nämlich auch zur Selbstbeschreibung nützt, oder halt, also, Leute, es gibt Menschen, die sich gerne als kritisch, als kritische Menschen verstanden wissen möchten, ja, also, in meinen Begriffen war immer halt so, Kritik setzt, im Prinzip setzt ja eine Kritik immer eine besonders, besonders, halt, starke Auseinandersetzung mit dem Thema voraus, ne, man muss das Thema, mehr oder weniger durchdringen, um, dazu Aussagen machen zu können, um eine Beschreibung abzuliefern, ne, und das ist was anderes, als das Einfache sich angucken und festzustellen, dass es einem nicht gefällt, ja, ähm, und, das auf der einen Seite, und jetzt habe ich meinen Faden verloren, ist es wahr, wenn ihr damit recht habt, dann würde, womit, ich weiß nicht, womit, das können wir ja nachhören, also, ich kann den dir jetzt nicht fortspinnen, weil ich gerade in Gedanken war, dass, wenn ihr damit recht habt, die Folge eigentlich sein müsste, dass wir mehr Komplexitätsreduktion dort beobachten, wo Kritik, wo entschieden wird, ob Kritik angenommen wird oder nicht, und zwar durch Formularien zum Beispiel, durch Institutionalisierungen von Kritik in die rechten Bahn, weil nämlich ihr ja davon gesprochen habt, dass die Kritik überkomplex wird, und diese Komplexität muss ja irgendwie reduziert werden, und wenn wir das beobachten, die, was, was du ja schon glaubst zu beobachten, äh, haben wir ja uns eben drüber unterhalten, über die Institutionalisierung, dann könnte das ja damit zusammenhängen. Natürlich fischen wir hier in soziologischen, spontanen, ad hoc Gewässern, das ist ja alles erst mal aus dem Lamen geschüttelt, so, was wir jetzt, aber das, was ihr gesagt habt, ist tatsächlich das, was ich als vierte These mir ausgedacht habe, nämlich, dass fundierte Kritik ja Expertise erfordert, und in zunehmend differenzierten Gesellschaften werden die Expertisen so arbeitsteilig differenziert, dass du kaum noch Argumente von jemandem, der einem anderen Arbeitsfeld zugehört, nachvollziehen kannst. Ja, aber das ist der Punkt, ich glaube, und, ähm, da sind wir dann, äh, in der Nähe von Bordieu, dass, ähm, dass eben, aber, also, dass ein, wenn man so will, ein Herrschaftsinstrument ist, diese Zuschreibung von, diese Zuschreibung in der Lage zu sein, gültige Kritik zu formulieren. Denn ich erinnere mich genau an die, äh, an einen Punkt aus der Autorität, aus unserem Gespräch über Autorität, dass, äh, wir darüber den, über diesen, diese Ethikkommissionen in, in Krankenhäusern gesprochen haben, wo denn in dem Artikel halt, dass denn, kritisiert wurde, ne, dass da halt Nebenärzten auch noch andere, äh, aus anderen Bereichen des Krankenhaus, äh, Menschen sitzen. Und dann halt sich doch die Frage stellt, wieso, ähm, also, im Anschluss dann für, äh, die Frage gestellt hat, wieso ein Arzt denn über ethische Fragen besser Bescheid wissen sollte, als, als, ja, warum die, die, der Standpunkt zu ethischen Fragen von den anderen Personen nicht die Rolle spielen sollte, und dann sind wir halt wieder bei dem Punkt, also, wem wird, wird eine, für wem wird das zugeschrieben, wer hat den, wer hat den Status, Kritik äußern zu dürfen, und das hat dann ja oft gar nichts damit zu tun, mit, mit irgendeiner Qualifikation dazu, sondern das ist dann, dann sind wir im Bereich, also, dann sind wir ja im Bereich von, von, ja, von Herrschaftsmechanismen, ja, also, tendenziell wird zum Beispiel Leute, äh, Menschen mit, äh, mit, äh, geringeren, äh, Bildungsgrad, äh, formalen Bildungsgrad, wird denen das dann abgesprochen, Kritik sinnvoll formulieren zu können. ähm, und, und das ist ja auch, der Witz halt auch zu, zu ihren eigenen Lagen, ne, wo, wo man eigentlich annehmen sollte, dass, dass sie da aus, aus diesen Positionen durchaus in der Lage sein sollten, das zu formulieren, aber selbst aus diesen Positionen wird das dann abgesprochen, abgesprochen, sondern das ist halt ein ganz spezifischer Status, der Kritik, der gültige Kritik äußern darf. Also, wir würden ja dann beobachten, also, wir müssten ja dann auch gleichzeitig irgendwie beobachten, dass eine Art von Vertrauen zunimmt, denn wenn du keine Kritik mehr üben, übst, weil du überhaupt nicht mehr weißt, was in den anderen Arbeits, du kannst die Argumente gar nicht mehr kritisieren, weil du gar nicht auf dem Stand sein kannst, der anderen Arbeitsfelder in der Arbeitszahlung, da müsst ihr ja, da musst du ja vertrauen. Da müssen wir überlegen, wie solche Vertrauens, Vertrauens, Vertrauenszusagen irgendwie institutionalisiert werden. Und das mit der Macht, mit der Macht, mit dem Machtgefüge, das erinnert mich an Norbert Elias, für den ja die ganze Welt so eine Art von Machtgefügen ist, auch. Und da wäre ja Kritik eine, ja, du hast ein Machtgefüge, was auch nicht, also, was sozial konstruiert ist und die Kritik wäre der Ausspruch, lass uns diese Machtgefüge anders gestalten. Ja, das wäre, das wäre dann die Kritik als Übersetzung. Ja, oder wenn man vielleicht halt mit Bordieu sprechen will, ist im Prinzip das kulturelle Kapital, das, was man zur Kritik mobilisieren kann. Ja, also die Skulptur kulturelle, ja, stellt im Prinzip, stellt im Prinzip die Mittel zu verfügen oder stellt das Mittel dar, wirkungsmächtige Kritik zu formulieren. Weil das in diesem kulturellen Kapital im Prinzip die Formen inkorporiert sind, die gesellschaftlich anerkannt sind als Begründung. Das ist ein guter Punkt, ja. Ich kenne mir, Sozialkapital kannst du nicht, es ist, ja gut, du kannst sagen, guck mal, wir sind zehn Leute, wir haben eine andere Meinung als du als Einziger. Ja, dann würde es ja, dann würde es ja, also das wäre ja, dann würde es ja permanent rumrevolutioniert werden. Ja, und ökonomisches, das heißt, Revolutionen entstehen dort, wo Kritik vom kulturellen Kapital in das, sich nicht mehr dem kulturellen Kapital bedient, sondern dem Sozialkapital. Dann kommt Kritik, dann gibt es aus Kritik Revolution und was, welche Rolle spielt das ökonomische Kapital in diesem Bereich? Ähm, naja. Aber mach mal deinen Punkt zu Ende, Thomas. Ich hab den, du warst jetzt auf so einer interessanten Schiene. Bourdieu. Ja, ähm, aber das sollte doch noch weitergehen. Ich bin jetzt gerade im gedanken, ich bin im ökonomischen Kapital angekommen. Schade. Ich glaube, ähm, René, dass du, ähm, uns jetzt einen großen Schatz geglaut hast. Oh, das ist erkenntnis. Aber wir können jetzt nicht Pause machen und zurückspulen, das geht nicht. Aber wir können, wir sind ja hier nicht mehr, wir wollen ja das, also, wir machen ja nicht mehr so themenfixierte Sachen, sondern einfach mal mehr Stammtischlerei und wir hören uns das an und vielleicht kommt Thomas ja beim nächsten Mal wieder. Was ich, was ich witzig finde, im Prinzip, im Prinzip ist das, ist das, ist das, glaube ich, eine kluge Strategie, ähm, erst mal eine Argumentation vage anzufangen, bisschen konkreter zu werden und dann abzubrechen. Weil dann, weil dann, dieses im Prinzip, das kulturelle Kapital, das ich dann ja immer, wo ich im Prinzip immer mehr davon zutage treten lasse, wenn man so will, indem ich erstmal unspezifisch anfange, dann konkreter werde. Du glaubst. Ja auch, verlagere ich das zu euch, weil, im Prinzip, weil durch dieses Narrativ erst mal was getriggert ist und dann die Vermutung bekomme, ja, das wäre jetzt eigentlich noch weitergegangen und dann zapfe ich euer kulturelles Kapital an, weil ihr dann daran anschließt mit euren Wissen und das dann alles halt in eine Höhe treibt, die ich gar nicht erreichen könnte, die ich dann aber für mich in Anspruch nehmen kann. Ja, äh, die letzte These war, äh, gar keine richtige These, sondern es kam so über mich, wir haben ja Reaktion gekriegt auf unser letztes Bourdieu-Gespräch vom Metz-Kaiser, könnt ihr euch mal angucken, dann auch auf Video, äh, so wie stammtisch.de, da ist das verlinkt und der hat, äh, ja, über Bourdieu äh, gesprochen, als Reaktion auf unser Video, hat er ein Video gemacht auf YouTube und sagte, die Elite-Bildung, ja, führt dazu, also, die Elite trägt ein kleineres, ein geringeres Risiko für Kritik in allem, was sie tut, weil, äh, die, also die Elite als Oberschicht, ja, wir haben ja bei, äh, die, bei Bourdieu die Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht und die Mittelschicht will immer der Oberschicht nacheifern und da ist es nun so, dass die Oberschicht, egal was sie tut, nicht der Kritik ausgesetzt wird, weil sie wird ja einfach nachgeahmt, ja. Ne? Das, also, wenn, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, dass, sag ich mal, Kritikpotenzial, sag ich mal, halt irgendwie auch mit kulturellem Kapital zusammenhängt und ich glaube, dass, das kann man auch nachvollziehen, dass Oberschicht natürlich, äh, dann oft nicht so sehr von, sag ich mal, von, 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 von einer irgendwie gearteten, wie auch immer, Unterschicht dann kritisiert wird, sondern, also, du kannst dich auch als Oberschicht nicht beliebig verhalten, weil du halt auch in diesen, in diesen Mustern der Oberschicht verbleiben musst, also, du kannst dich beliebig ausbrechen und tun, was du willst, na, also, es kann dann auch halt, denn eine Reaktion, aber auch gerade von diesen Kreisen, die sowieso halt kritikfähig ist, also, im Sinne von, nicht Kritik vertragen, sondern Kritik üben, ähm, dass da von, von der, von der Seite durchaus Kritik ist, also, weil, sie kann ja auch nicht ein beliebiges, also, strukturell ein beliebiges Verhalten zulassen, beziehungsweise, es wird einfach nicht zugelassen, strukturell. Aber der Punkt, das hatte er gar nicht, ich würde Ihnen da schon folgen, weil dem Punkt hat er nicht, hat er nicht gesagt, die können machen, was sie wollen, sondern gesagt, in dem, egal, was sie machen, äh, setzen sie sich weniger Kritik aus und als Beispiel hat er, soweit ich mich erinnere, den Slang von Ghettos reingebracht, wenn ein, ein Mensch aus seinem Ghetto einen bestimmten, einen bestimmten Sprachwortschatz sich antrainiert hat, wird ihm gesellschaftlich gesagt, dich versteht ja keiner, lern erst mal sprechen. Und das Gleiche wird bei Philosophen, ja, wenn du dir einfach mal Sloterdijk anhörst oder so, ja, oder uns, oder uns, da wird nicht gesagt, lern doch erst mal richtig sprechen, da wird das unterstellt, kritiklos als etwas Höherwertiges Anzustrebendes. Und ein anderer Punkt ist, es gibt ja diese, diese Studie, okay, ja, also es gibt diese Studie mit den Vornamen, dass Kinder aus höheren Schichten, bei den, also wenn die sehr auffällige Namen haben, dass die von ihren Klassenkameradinnen nicht gemobbt werden, sondern eher noch hofiert werden. Und wenn die selben Namen, auffällige Namen, aus der Unterschicht stammen, also wenn das Kinder mit auffälligen Namen aus der Unterschicht, haben die ein höheres Risiko gemobbt zu werden von ihren Klassenkameraden. Das heißt, die Eltern gehen weniger Risiko, ich weiß nicht, ob man das als Kritik, der Name als Kritik, das ist ja noch was anderes, aber das Risiko für alles Mögliche wird gesenkt. Und ich denke schon, dass die auch mit weniger Risiken gesellschaftlicher Kritik durch die Gegend fahren, die Oberschichtler. Das leuchtet mir völlig ein. Also müsstet ihr mir jetzt Gegenbeispiele bringen, wenn ich da von weg rücken wollen würde. Das stimmt dir vollkommen zu. Ja, sind wir schon zwei. Siehst du, Sozialkapital, als... Aus dramaturgischen Gründen bin ich dagegen. Nee. Nee, ich glaube, ich glaube tatsächlich, glaube ich, dass sich die, also die Gefahr, sich Kritik auszusetzen, unterschiedliche Bereiche betrifft. Also, wie es jetzt halt auch gerade bei schönem Beispiel der Sprache halt macht, dass in einem der, der, sag ich mal, der Slang, der aus der Umgebung halt sich entwickelt, als minderwertig betrachtet wird, als etwas, das irgendwie merkwürdig ist. Das kennt man ja auch aus ganz vielen, auch medialen Beiträgen und so weiter halt, die Rettung der deutschen Sprache, bla. Und in anderen Schichten das eben nicht so ist, wenn halt so viele Doofen ihre Sondersprache oder Soziologen ihre Sondersprache exerzieren. Die, aber es betrifft, aber auch in der Oberschicht kann man sich nicht beliebige Umgangsformen erlauben. Während manche Umgangsformen halt, sag ich mal, also es ist, Ja, du kannst ja, insofern hast du recht, du kannst dir keine beliebigen erlauben, weil du hast ja schon ein kodifiziertes Repertoire, was dich als, was dein Umgang innerhalb der Schicht, auch von deinen Schichtmitgliedern, also von der Oberschicht anerkannt wird. Und wenn du das jetzt beliebig veränderst, als Einzelner, dann bist du ja raus. Aber so als Gruppe können die machen, was die wollen. Meine These ist ja, dass mit der Kunst, dass Kunst dazu dient, der Oberschicht neue Distinktionsideen zu reichen. Dass Kunst überhaupt nicht gesellschaftlich verändert, sondern dass sie nur stabilisiert. Die Mittelschicht, die hat alles jetzt, also die strebt ja der Oberschicht nach und dann hat die Mittelschicht die Gewohnheiten und den künstlerischen Geschmack der Oberschicht erreicht. Dann muss die Oberschicht was Neues machen und dann guckt die sich um und dann nimmt die den größten Quatsch aus der Kunst. Und allein, guck dir doch mal Avantgarde-Kunst-Modenschauen an. So kann man nicht rumlaufen normalerweise. Also aus physikalischen Gründen. Schon aus physikalischen Gründen, ja. Es ist nicht mal an die physikalischen Gesetzmäßigkeiten hält sich die Oberschicht. Und da kann man, die können einfach, dass die Kunst solche Absurditäten den als Distinktionsmerkmal anbietet, zeigt schon, dass es völlig beliebig ist. Nicht für den Einzelnen, aber völlig beliebig als Kodifizierung. Während die Mittelschicht eben nicht beliebig, die muss dann immer nach oben gucken. Ja, aber es ist halt die Frage, ob nicht auch in der Oberschicht dann halt das aber, also diese Beliebigkeit, dann halt sich neue Distinktionsmerkmale zu erstellen, dass das dann aber auch mitgemacht werden muss. Also wenn halt das ein Verstoß dagegen halt durchaus halt sich der Kritik aussetzen würde. Bloß, dass die Bereiche, die der Kritik ausgesetzt werden, naja, dass das so, dass das so ausfällt, das scheint es in der Unterschicht halt, die sich sehr viel breiter Kritik gefallen lassen müssen, dass da die Kritik das trifft, was irgendwie halt einen Anspruch auf, auf, sag ich mal, auf eine Höherwertigkeit betrifft, na, also beziehungsweise, also höherwertig im Sinne von, dass sie, also in der, in der, in der, in der Struktur würde ja schon, wenn sie sagen, ich bin halt, ich bin genauso viel wert wie jeder andere Mensch, das wäre ja schon eine Aufwertung, ne, weil das ja eben nicht der Fall ist, also weil das ja den, den Setzungen der Struktur widerspricht, ne, also weil die Oberschicht ist natürlich höherwertiger in dieser Konstruktion, ähm, und jetzt halt nicht auch wieder nicht als, als, muss man dazu sagen, als nicht als, als existenzieller, als ontologischer Begriff, das Wertigkeit, na, als etwas, was wirklich da ist, sondern halt auch als Konstrukt, ne, halt diese, der, der Wertigkeit von, von Menschen, und, ähm, und deswegen halt so natürlich jede, diese Kritik umso härter ausfällt, weil, weil sie, weil sie als, weil sie als, äh, sag ich mal, auch als physische Schlechterstellung immer auftritt, während das in der Oberschicht halt, die Kritik hofft, halt so Bereiche betrifft, wie, dass man, ja, man muss sich, also mit Kunst, da muss man sich schon irgendwie, da muss man halt so, diese Distinktionsmerkmale, muss man schon beherrschen, so, ne, und die muss man halt auch produzieren können, und so weiter, und das ist jetzt halt nicht was, wenn man es nicht täte, wo man dann der Kritik sich aussetzt, wo das dann halt irgendwie an eine, wie auch immer, halt an, an, an eine Existenzgefährdung geht, so, ähm, und deswegen würde ich dann vielleicht, also, dass man sich nicht tendenziell, dass man sich nicht tendenziell, mehr Kritik, also in einer quantitativen, sondern dass die Kritik, aber sehr viel, äh, sehr viel bedrohlicher ist, als in der Oberschicht, einfach aus, ähm, aus dem, was die Kritik, na, weil Kritik hat ja den, auch da hat immer den Anspruch, ne, es wird ja wirkungsmächtig dann, und da ist denn die Kritik, wenn sie denn, also wenn man sich der Kritik aussitzt, dann wird sie wirkungsmächtig, und das hat sehr ernste Konsequenzen. Also du hast in der Oberschicht nicht nur ein geringeres Risiko zur Kritik, sondern die Kritik hat auch ein geringeres Risiko, deine Existenz zu ruinieren. Ja, im Prinzip, die Kritik verpflichtet, die verpflichtet jeden im Prinzip auf seinen Habitus, ne, bloß halt die eine Verpflichtung auf den Habitus ist halt eine sehr viel, sehr viel, äh, hat halt sehr viel härtere Konsequenzen als die andere. Das wäre auch mal interessant, eine Untersuchung, wie viel Prozent der Kritik, die so überhaupt gesellschaftlich geäußert wird, sich darauf zurückführen lässt, dass jemand seinen Habitus oder bestimmte Gruppen ihren Habitus überschreiten, das auch. ne, ich meine, mit den Namen, das wäre doch, also das würde jetzt zum Beispiel, also mit dieser Ad-Hoc-These dann halt korrespondieren. Er sagt halt so, die, die Oberschicht, die hat ja so diese Einzigart, ist was Besonderes, während die Unterschicht so, sich aus, halt so, als, als, als die Menge konstruiert, ne, und daraus ihre Gewissheit bezieht, halt so diese speziellen, besonderen Namen, ähm, äh, nicht ausfällig, wie heißt denn das Wort, fällt mir jetzt nicht an, außergewöhnlichen Namen, ne, halt so das, ja, in der Oberschicht, da sind halt die Menschen außergewöhnlich, da ist das, da ist das okay, wenn er sowas praktiziert, in der Unterschicht ist das eine Anmaßung, ne, so, wieso, wieso will er jetzt, will da jetzt herausgestochen werden, so, ne, also das ist eine Anmaßung, ähm, und das ist dann halt auch wieder eine Verpflichtung, die ja nicht mal von oben kommt dann, sondern von der Unterschicht selbst, ne, ja, 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 ähm, aber die Konsequenzen sind, 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 sind dann sehr, also dann manifestieren sich die Konsequenzen, äh, in, in Mobbing, was halt, ja, auch unter Umständen halt psychisch zur Bedrohung werden kann. Also, ursprünglich wollten wir was ganz anderes besprechen, nämlich etwas, wo der Dominik Fachmann ist und jetzt hat er hier nur gelauscht. Ich bin aber noch da, ich bin noch da. Ja, aber, ähm, meine Thesen sind vorbei und eigentlich ist für diese Folge eigentlich auch genug gesagt. Glaube ich, es sei denn, Thomas findet seinen roten Faden wieder oder Dominik, äh, kommt jetzt noch mit einer These um die Ecke, ich bin, äh, Lea. Ich voll? Also voll mit neuem Wissen? Mit, oder sagen wir es mal so, ich bin voll mit Information. Das ist, glaube ich, wessen wir. Ich habe festgestellt, empirisch, durch Recherche, dass keiner von uns ein richtiger Soziologe ist. Ah, schade. Ich bin ja, äh, äh, Dibbel Sotzwist, Thomas ist Social Science Abschluss und du, du bist, äh, Gesundheitswissenschaften. Ich bin Master of Public Health. Ja, also wir fischen hier in ganz fremden Gewässern. Hm. Mir ist aber, mir ist aber auch nicht klar, wo jetzt genau, äh, ich weiß nicht, wie dein Social Science sich zusammengesetzt hat, wo der Unterschied ist, wenn man jetzt, Sozwist, bitte. Sozwist, äh, wenn man jetzt Soziologie mit Nebenfach studiert hat, oder einen Studiengang, der sich Social Science nennt und der aus Soziologie und Politik besteht. Ja, äh. Und sich das halt, das als Nebenfach, ähm, sich darstellt, wie man sich halt seine Kurse legt. Naja, aber du musst sehen, wir haben ja heute, äh, begriffen, dass die Komplexität, Vertrauensvorschüsse zu vergeben, irgendwie reduziert werden muss, weil man es nicht mehr überblickt. und das wird dazu führen, dass man ganz stark festgenagelt wird auf das, was man auf seinem Abschluss stehen hat. Ja. Sagt er, aber sehen Sie, einen Soziologen, Dippelsotz hätten wir genommen, aber Sotzwist, ach, das ist schon, da können wir uns nicht drauf verlassen, dass wir da, dass wir da dieses Fach komplett beherrschen. Das wird so kommen, wenn wir recht haben mit unseren Thesen halt, ja. Wer kann sich denn unter Sozialwissenschaften überhaupt was Konkretes vorstellen? Also, ich glaube, alle, die nicht Sozialwissenschaftler sind, haben dort konkretere Vorstellungen als die Sozialwissenschaftler selbst, weil die wissen, weil die wissen ja, wie, wie differenziert das ist. Machen wir, beenden wir diese Folge hier? Wir haben genug für, das ist nämlich, ja, ja, wir beenden. Ja. Okay. Okay, Dominik hat nicht viel gesagt, aber am Ende sagt er ganz klar, wir beenden. So, jetzt was ganz komisches, wir haben, der Dominik hat, den haben wir schon verabschiedet und jetzt ist uns im Nachgespräch, also ist mir noch ein Gedanke gekommen, den ich dir noch vorstellen wollte, den wollte ich noch mit auf der Aufnahme drauf haben. Und zwar haben wir gesagt, also ich habe vorgeschlagen, die These, die du kritisiert hast, dass die Rollen wegbrechen und dadurch die Kritik nicht mehr durch die Rolle quasi abgefedert wird, sondern direkt ins Zentrum des Subjekts, des authentischen Subjekts geht. Und ich würde, jetzt kam mir noch eine andere These, nämlich, wäre es möglich, dass Rollen früher, die ausgeprägter waren, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es stimmt, diese These, dass Rollen aufbrechen. Sonst, wenn die nicht stimmt, können wir es sowieso knicken. Wie findest du den Gedanken, dass früher Rollen klar machten, wer wen kritisieren darf, nämlich, Leute auf Augenhöhe in den meisten Fällen, Herr Professor so und so, in seine Rolle so und so. Und durch den Wegfall von Rollen, wir quasi als authentische Subjekte in die Welt treten, wir deshalb keine Kritik mehr üben können, weil eben genau das passiert, was du auch angesprochen hast, dass die Institutionalisierung der Kritik, dass die Rolle, also, dass sich Leute auf gleicher Ebene kritisieren dürfen, aber der Untergebene, den Übergeordneten nur bedingt, dass sich in bestimmten Zeremonien, wo Leute, zum Beispiel die Gewerkschaft mit den Arbeitgebern und so, wo die in ihrer Rolle auftreten, dass die kritisieren können, dass die Kritik über die Rollen verortet war. Wie auch immer das jetzt aussieht, ob sich nur Leute auf gleicher Höhe kritisieren dürfen, müsste man das empirisch nachprüfen, wie das damals war, aber dass es Rahmen gab, innerhalb der es Rollen gab und dadurch klar geregelt war, wer wen kritisieren darf und das durch den Wegfall ist gar nicht mehr möglich, also, du keine Referenz mehr hast, wer wen kritisieren darf und du deshalb es als Meinung äußerst, weil dir halt die Kanalisierung fehlt, der Kritik. Das war nur ein spontaner Gedanke, was hältst du davon? Ja. Ich finde den relativ plausibel. Also, vielleicht ist halt genau diese Substitution dieser Rollen, die in diesen Verfahren verortet, wo wir darüber gesprochen haben, Institutionalisierung von Kritik in Verfahren. Verfahren ist das richtige Wort. Genau, Kanäle werden halt geschaffen, in denen kritisiert werden kann. Aber, ich denke auch, dieses Rollen, dieses Aufbrechen der Rollen ist, na ja, ich bin davon noch nicht ganz überzeugt, dass es diese, dass diese, sage ich mal, Identität zwischen Subjekt und Rolle stärker eintritt. Sondern ich glaube, dass, nee, ich meinte doch, die bricht weg, die Rolle bricht weg und dadurch wird das Subjekt freigesetzt. Beziehungsweise, na ja, klar, beziehungsweise, sagen wir, in einer Rolle von, von dir gefordert wird, sei authentisch, sei, sei das Subjekt, wenn man so will. Ja. Das ist im Prinzip, halt die Fahrknüpfung, also die, 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 die Rolle, die dann halt gespielt, also die man dann übernimmt, äh, das, ähm, jetzt habe ich den Punkt verloren. Ja, ist ja schon spät. Ja, ähm, hilf mir mal, wo, 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 du, 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 du gingst davon aus, nein, du hast kritisiert, nee, anders, dass, äh, ich hatte gesagt, die Rollen brechen weg, das Subjekt wird freigesetzt, und du hast, äh, aber darauf gezielt, dass die, du bezweifelst, dass die Identifikation zwischen Rolle und Subjekt, ah, genau, das so stark ist. Dass im Prinzip, ähm, durch dieses, durch dieses Notwendigkeit halt, sich Rollen zu suchen, die Identifikation, ähm, mit Rollen nicht unbedingt zunimmt, ne, also das, das dann halt die Kritik, also sagen wir mal, halt das Subjekt wird freigelegt, sobald das Subjekt wird in die Rolle reingelegt, ne, also halt, man kann sich ja trotzdem nicht in, in Situationen verhältnissen sich ja trotzdem, trotzdem irgendwie, Peter hat nur gesagt, ja gut, das ist dann jetzt authentisch, ne, das ist der Wesenskern, ähm, 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 aber wenn ich jetzt als, ich glaube, ähm, dass, dass es auch immer um Rollen-Ensembles geht, dass, ähm, diese ganzen Rollen, die übernommen werden, die stehen ja im Verhältnis zueinander, ähm, und ich glaube halt, dass, was diese ganzen Rollen denn integrieren muss, das könnte man dann halt so was als, Person, vielleicht als Person bezeichnen, ne, auch als, als Person, als, die man sich selber versteht, ne, man, und, das sind diesen, äh, früher irgendwo halt Rollenbilder stark zugewiesen würden, auch dieses Ensemble der, der, der Rollen halt stärker, äh, verknüpft miteinander war, ne, also halt, wenn deine Rolle der, Rolle Mann war, dann warst du auch, der Versorger der Familie, das bedeutet, du hattest auch eine Position, deine, deine Rolle in der Familie wurde irgendwie geklärt, aber auch im Arbeitsleben und so weiter, und inwiefern denn halt Kritik diese, sag ich mal, den, 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 die, die Kernrolle, die Person getroffen hat, war denn halt immer, inwiefern die Kritik an der Rolle, denn auch halt diesen, diesen, äh, äh, sag ich mal halt auf die, wenn man so will, auf diese Meta-Rolle versprungen ist, wenn ich, während das heute ist, muss diese Person, ist dieses Ensemble der Rollen sehr viel, sehr, ist nicht fest vorgeben, wie das zueinander steht, sondern es muss selbst arrangiert werden, und die Person muss selbst die Konsistenz darin erzeugen, muss natürlich dann auch die Widersprüche überdecken, aber ich hab mir das, ich stell mir das so vor, ne, sag mir mal du, ähm, du bist jetzt Podcaster, du bist aber auch Sozialwissenschaftler, aber du bist auch, äh, Angestellter in der Verwaltung, so weiter, und ich, ich weiß jetzt nicht, wie du, aber ich, ich konstruiere jetzt kurz ein Beispiel, sagen wir mal, du verstehst dich in, als Person, als, als Podcaster und verbindest damit, kann ich sagen, und jetzt deine Tätigkeit in der Verwaltung, Verwaltung, das ist, das ist halt ökonomischer Zwang, so, das machst du halt, weil, weil von irgendwas, musst du ja deine, deine, musst du ja, mein Podcast finanziell, genau so, ne, und dann halt, wenn jetzt jemand kommt und eine Kritik an dem Podcast äußert, was für dich Kern ist, ähm, für der Person, über die du halt auch die anderen Rollen integrierst, dann trifft dich das sehr viel leiter, als wenn der jemand halt bei der Arbeit kommt und sagt, ja, hier haben sie unsauber gerechnet, ne, was soll denn das, hier müssen sie, sie sind, sie waren nicht sorgfältig bei ihrer Arbeit, dann kannst du sagen, okay, ja, ja, tut mir leid, so, weil, weil das dich, weil das für dich in deiner Person, weil es dich in deiner Person konstruktionlich gefährdet, dass du bei der Arbeit nicht sorgfältig warst. wenn du dich im Kern als, wenn du dich im Kern als, 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 als Arbeiter, na, als, 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 als korrekten Arbeiter und so weiter, als ordentliche Arbeit verstehen würdest, dann wäre das vielleicht eine Kritik, die es sehr viel härter treffen würde. Ja, 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 es ist vielleicht nur, es ist, es ist, es widerspricht der These ja aber nicht so wirklich. Es wäre ein, eine Perspektive, in den noch reingebracht werden müsste, dass das Subjekt halt nicht völlig frei ist, sondern dass es verschiedene Punkte gibt, je nachdem, mit was es sich stärker identifiziert. Wenn, wenn das als Kritik angesprochen wird, triggerst du mehr, aber es würde ja trotzdem nicht gegen die Rücknahme von Kritik sprechen, weil die Leute, du kannst als Mensch so in der Gesellschaft nicht wissen, mit welcher Rolle sich die Person jetzt am stärksten identifiziert in unserer Zeit und deshalb könnte es auch sein, dass du dann eher die Meinung äußerst, und nicht eine scharfe Kritik. Ja, ja, zumal, zumal halt, wenn, es gibt glaube ich noch eine andere Seite, wenn halt klar ist, wer Kritik äußern darf und wer nicht, wer dazu berechtigt ist, so, dann, dann hat Kritik auch keinen, ich sage es mal ganz, ganz, ganz zugespielt, keinen Inszenierungswert, so, weil, es ist klar, wer Kritik, wenn allerdings Kritik jetzt formal frei ist und jeder Kritik äußern darf, dann kann die Rolle des Kritikers, kann dann auch eine, eine zentrale Figur in der, in der, in der Selbst, in der Selbstbeschreibung werden, im Selbstverständnis. und das führt dann dazu, dass Kritik auch, weil das vielleicht auch eine besonders attraktive Position ist, weil das in verschiedenen Verhältnissen halt, halt auch, halt auch so Bewunderung findet, muss man natürlich die Formen beherrschen, die, die allgemein halt so, äh, als kritisch gelten, ne, aber dadurch, dadurch wird halt auch, ähm, dadurch wird halt auch die, die, die Anzahl der Kritiker wird größer. Und, und da hatten wir ja auch, da, da hat ja, hat ja auch Dominik dazu gesagt, halt so, das wird inflationär dann, also allein von der Masse her, weil es ist nicht möglich, jede Kritik ernst zu nehmen, das ist, also zeittechnisch kann das nicht verarbeitet werden. Ja, aber das wäre vielleicht eine zweite Zeit. Ja, würden wir uns jetzt ja wieder argumentativ, äh, nur, würden wir jetzt nur das wiederholen, was wir, mir ging es um das, was wir schon hatten, mir ging es um das eine Argument, ich finde, da hast du jetzt, äh, ein paar gute Punkte noch dazu gebracht, äh, ja, wir sind, äh, und dann könnte man das auch beenden. Wir sind, wir haben uns angereichert. Ja, und ich fand das sehr hilfreich, äh, ja, und, ja, es ist natürlich so, das ist jetzt, äh, alles aus einer, hm, fast schon mikrosoziologischen Perspektive, also, wir haben Subjektringen und, und Rollen und so, ähm, wahrscheinlich könnte man systemtheoretisch den Kritikbegriff nochmal ganz anders aufrollen. Aber das ist halt das, was ist, ist für mich dann nicht ganz so hilfreich, obwohl ich eigentlich deine systemischen Ergüsse immer, immer als sehr inspirierend bringt, aber in dem Moment jetzt hier ist es für mich eigentlich, waren, waren das die konkreten Fragen eben auf, auf der Akteursebene sozusagen. und, äh, ja, 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 wie auch immer. Ja, müsste man dann schauen, ob man das, was wir gerade beschrieben kann, dann hinreichend abstrahieren kann, um das denn, also, ich denke schon, die Systemtheorie sind da. Ja, die Kreativsten, die können jedes, aber ob man sie dann noch versteht, also, äh, das ist das Problem, was ich mit der Systemtheorie so habe, ein bisschen ist, ähm, du musst schon zugeben, dass Systemtheoretiker schon sehr stark, also stärker vielleicht als an, ne, also, ich behaupte es jetzt mal so, vielleicht ist es gar nicht so stärker als andere Soziologen, Anwälte einer bestimmten, Theorie sind, dass das ganz stark ist, dass du, ja, ich glaube aber, das liegt daran, weil die Systemtheorie eine Universaltheorie ist, und man hat jetzt, also am Größenwahn, sagen wir es, wie es ist, es liegt am Größenwahn. Ja, von mir aus, nee, aber diese, aber diese Fachsprache, man bleibt ja in der Fachsprache, wenn man sich mit seinen Phänomenen betätigt, normalerweise so, und, äh, man ist ja nicht Avatar der Theorie, das ist halt dann eine Selbstinszenierung, wenn man damit glücklich wird, mein Gott, kann man es machen, aber, ähm, es ist halt, wenn, äh, dass das, äh, dass diese Fachsprache denn halt auch entsprechend exerziert wird, weil sie halt immer, immer Anwendung findet. Ähm, man muss ja halt nur darauf achten, äh, dass man dann, ähm, zwischen den Begriffen, Fachbegriffen und, äh, Begriffen, wie sie dann in anderen Gesprächen verwandt werden, auch differenziert. Ja, ich glaube, dass das oft ein Problem ist, also, was ich beobachte, äh, jetzt will ich keinem Unrecht tun, vielleicht habe ich es auch falsch beobachtet, aber, es gibt dieses Phänomen wahrscheinlich auch ohne meine Beobachtung. Also, da wird, also es wird ja gern gesagt, nur Kommunikation kann kommunizieren. Ja. Und es ist völlig egal für das Gesellschaftssystem, für die Kommunikation, ob du jetzt in die Bank reingehst mit einer, mit einem Scheck oder mit einer Waffe. Es ist in beiden Fällen Kommunikation. Es macht also keinen Unterschied für die Kommunikation. Ja, aber es macht ja einen Unterschied für mich. Ja. Und es macht einen Unterschied für die, die, ähm, in der Bank sitzen. Und die Frage ist jetzt, ob es nicht eine gewisse Rechtfertigung gibt, zu sagen, ja, äh, es macht, es ist doch völlig egal, ob es für die Kommunikation keinen Unterschied macht. Wenn es für die keinen Unterschied macht, dann können wir das halt nicht auf der Kommunikationsebene beschreiben, sondern müssen wir das auf der Ebene beschreiben, wo es einen Unterschied für unser Leben macht. Und das wäre die Akteursebene. Ja. Ja. Das ist, das ist richtig. Und es, äh, ich meine halt formal, äh, für die Kommunikation macht es auch keinen Unterschied, ne, solange daran angeschlossen wird. Aber, ähm, erst mal befinden sich ja auch, Kommunikation in struktureller Kopplung mit, äh, mit psychischen Systemen. Und, äh, zum anderen, da ist ja, sind, ist ja auch, also, ist ja Gesellschaft als soziales Supersystem ja in sich ausdifferenziert. und, äh, 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 und in, in der Hinsicht halt so macht es, ähm, verändert es halt schon die ganze Zeit. Also, es verändert, wenn man so, es verändert nichts auf der Funktionsebene, ne, also, es ist klar, Kommunikation schließt dann Kommunikation an, aber es ändert etwas, wie sich diese konkrete Funktionen halt immer, also, wie sich die konkreten Anschlüsse halt, äh, verwirklichen. Und das ist ja für uns als Psychosystem ja durchaus interessant, wie das, äh, passiert, weil auch das ist ja, passiert ja nicht zufällig, sondern, na, na, das ist halt, Kontingenz bedeutet ja nicht zufällig. Ja. Also, ich habe ja einen gewissen Frieden mit der Systemtheorie auch gemacht, ähm, weil ich dieses Bild, äh, einfach mir machen konnte, dass, wenn wir nur auf die Akteursebene schauen, dass wir dann auch blind gegen, über manchen Sachen werden, dass sozusagen unser Leben durchwoben ist, ja, wie mit so einer, ja, da gibt es so Systeme und wir handeln und wir denken, wir handeln ja auf der Akteursebene und der Weile spinnen da irgendwelche Systeme, ihre Netze und, und steuern das und wir handeln funktional für das System. also tun wir ja gar nicht, weil wir eine Umwelt sind des Systems, aber so als Bild meine ich, dass so diese Systeme, die die Systemtheorie beschreibt, durch unser Leben so durchwabbert und wir zurücktreten können und sagen, wir gucken uns die mal an. Das finde ich sehr, sehr, als Bild hat das so ein Schalter in mir umgelegt, wo ich mich wieder anfreunden konnte. Natürlich darf ich da nicht Luhmann lesen, weil dann sage ich mir immer, warum will der nicht, dass ihn jemand versteht, ne, das ist dann, aber wahrscheinlich mehr so eine persönliche Sache. Ja. Ja. Okay. Tschüss. Jo, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Ich finde etwas gut. Ich finde etwas schlecht. Aus bestimmten Gründen. Und ich behalte es nicht für mich. Das heißt Meinungsfreiheit. Sie gilt nicht nur in der Politik. Eine Meinung kann der Mensch ja zu allem Möglichen haben. Zu einem Film, zu einem Videospiel, über einen Fußballer, über eine Religion, darüber, ob man ruhig Fleisch essen darf oder besser vegetarisch lebt. Zu allem. Das klingt wunderbar einfach. Leider ist das Ganze doch ein bisschen komplizierter. Es gab mal einen bis heute berühmten Prozess gegen einen Journalisten, der in einer Buchkritik geschrieben hat, dass der Buchautor steindumm sei. Der Journalist wurde verurteilt. Wenn er geschrieben hätte, das Buch sei steindumm, wäre er wahrscheinlich damit durchgekommen. Bücher sind keine Personen und können sich nicht beleidigt fühlen. Wer in seiner Kritik sachlich bleibt, ist eigentlich immer auf der sicheren Seite. Wer wirklich wütend ist, kann einen kleinen juristischen Trick anwenden. Statt zu sagen, du bist dumm, sollte man besser die Formulierung wählen, das, was du sagst, ist dumm. Untertitelung.inessi ins Vide jugende Genau. untertitelung ist Acts 7. Für auch das wird hier auch in die Züge. Das habe die BaileIn packages das die Betrie will sich immer� einemiences ready- rat MY Deus ML Атollуп durchgründete die Züge. Vielen Dank.